Bitte sei Werbefreundlich, 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 oh, hi! Ey, oh, wie unangenehm, jetzt lief die Kamera ja schon, sowas Blödes aber auch. Was geht? Wir schauen uns heute gemeinsam, ja, super kreativ. Ich weiß, ey, wir schauen uns heute Among Us Memes an. Warum? Ja, weil gerade keiner Lust und Zeit hat, mit mir zu spielen und ich über Bock auf das Game habe und das Spiel gerade extrem im Hype ist, deshalb schauen wir uns Among Us Memes an. Was geht? Ja, ich würde sagen, Leute, wir schauen einfach mal direkt rein. Among Us, äh, großes Game momentan, jeder spielt's, keiner kann's. Ich bin absolut der beste Spieler, den es jemals dieses Spiegel geben hat. Ja, Mann, Baby! Ja! Ich bin absolut der beste Spieler, den es jemals dieses Spiegel geben hat. Ganz genau, da bin ich der Meinung. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Tobi hat mir 25 Crispy Memes hier rausgesucht und ich bin absolut gespannt, ob ich ein einziges Mal lachen werde. Die Challenge ist relativ simpel, meine Freunde. Wenn ihr hier lachen müsst, könnt ihr euch direkt f***chen gehen und dürft auf jeden Fall euch nicht zum Abitur anmelden. Ganz einfaches Ding. Fangen wir an mit dem ersten Bild. Okay, maybe. Can we please vote Imposter? I want to have the sequence between saying Imposter, äh, was the Imposter. No. Okay, maybe, why? You can't. Okay. Would be a funny meme. Imposter. Imposter was an Imposter. Also, Digga, also, das ist ja wirklich, also, das ist ja wirklich, also, das ist ja wirklich, wirklich, also, das ist ja absolut, also, es hat funktioniert. Absolut arschgeil, ich musste kein einziges Mal lachen, aber, ja, es stimmt. Are you winning, son? No, dad, I'm playing among us. Ja, also, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hab letztes Mal, ich glaube, ich 24 Mal gewonnen, weil ich 24 Mal Crewmate war und die Imposter absolut bes***t gewesen sind. Also, ja, Papa, ich gewinne gerade. Hey, that's pretty good. Äh, when you see someone completed tasks, but the bar didn't go up. Detective. Oh, Digga, jedes Mal, Alter. Repass und Trimax sind richtig ohne Kevin. Kevin auch ganz besonders, Alter. Jedes Mal, also, ich hab ja gesehen, dass er da stand und so getan hat, als hätte er was gemacht, aber diese Leiste da oben hat sich nicht gefüllt, der hat sich nichts getan. Ja, Bro, weil es teilweise Visual Bugs gibt. Genauso wie Danny, dieser F***er, der jedes Mal hingeht und guckt, ob man Pixel Perfect auf diesem komischen Scanner steht. Bro, das ist ein 2D-Spiel. Da funktioniert nicht alles, wie es sein sollte. This is Red. He is always a suss. He argues like Karen. He uses vulgar language. He can't remember his tuss. Don't be like Red. Das ist Trimax. Trimax ist immer verdächtig. Er argumentiert wie Trimax. Er benutzt böse Schimpfwörter. Er kann sich nicht an seine Aufgaben erinnern. Sei nicht wie Trimax. Ja, kann ich an der Stelle nur bestätigen. Ich bin tatsächlich, wenn ich Imposter bin, immer super, super sneaky, aber auf meine Pferde kommt da niemand. Gamers, Fall Guys, Among Us, ich bin gespannt, welches Spiel es nächsten Monat wird, meine Freunde. Momentan verbrennen wir wirklich die komplette Spieleindustrie und 3,99 Euro Games sind gerade komplett im Hype. Fall Guys, glaube ich, ist von so nach so umgegangen. Wann kommt eigentlich der nächste Hype von Minecraft? Ich habe über Bock drauf und bin echt darauf eingestellt. Musiker, können wir einfach wieder Minecraft spielen? Imposter, casually killed and leaves as if nothing happened. Me watching him from security. Ha 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 ha. Ja, es ist wirklich so ein Ding, Alter. Also gerade auch da wieder. Papa Platte. Jemand, der ständig im Security-Raum sitzt und seine eigenen Aufgaben nicht macht. Kevin, echt nice, dass du hier einen auf Sherlock Holmes machst, Bro. Wäre trotzdem vielleicht nicht verkehrt, wenn du dann hingehen würdest und irgendwann deine eigenen Aufgaben noch machen würdest, damit wir als Team hier, also quasi als Crewmate, also eigentlich das, was ich immer bin, auch irgendwann, also vielleicht mal gewinnen könnten. Ja. Starting in electrical as Crewmate, be like. Ha ha. I'm in electrical. I'm in electrical. Immer wenn ich gerade am Kabel machen bin, kommt irgendwer von hinten stich die *** an den Kopf. Also ist es wirklich, ich bin einfach, also es kann, ich bin immer der Erste, der stirbt und, ach Digga, scheiß drauf. Player, where, where, where? Digga, okay. Hier ist jemand geschoben und alle fragen, wo, 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 wo. Aber keiner fragt, wie geht's dir eigentlich? Ja, absolut starkes Meme. Da muss ich auf jeden Fall dreimal lachen. Machen wir direkt weiter. Play a normal game. Be the imposter and get voted out for something you didn't do. Oh mein Gott, ich hasse es, gerandom voted zu werden. Jedes verdammte Mal, wenn ich dann mal im Poster bin und ich drei Stunden darauf hingearbeitet hab, kommt irgendwann her. Ich würd sagen, Revy fand ich ziemlich sus und ich würd sagen, äh, also, Bro, ich hab hier, ich hab keinen gekillt. Ich hab meine Aufgaben, und trotzdem werd ich rausgewordet. Trotzdem werd ich rausgewordet und es passiert einfach immer wieder. Shoutout an die Gruppe, mit der ich da gespielt hab. Und ganz besonders, großes Shoutout, ihr werdet es noch sehen, an Hand of Blood, der mir das Leben zur Hölle gemacht hat in der Mongos. Kann man nicht anders sagen. The one person who always hits on camera is the whole game. Leaves electrical, what do I do now? My brain, I don't know, I never thought I'd get this far. Ich schwöre dir, ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich aus electrical raus bin, meine drei Aufgaben gemacht hab. Oder wenn ich's gerade geschafft hab, Kabel zu machen und sowas. Ich denk mir so, okay, Bro, hier ist es immer dunkel drin, ich bin nicht umgebracht worden, keiner kam aus dem Wind raus. Es läuft, Digga, es läuft. Und jetzt, was mach ich jetzt? Ich weiß es nicht, ich dachte, ich wär schon längst gestorben. Ja, mein Stream weiß es, ich bin dieser eine Geist. Genau wer? Ja, genau dieser eine Geist, der ständig tatsächlich herumfliegt und seine Aufgaben als Geist erledigt. Absolut arschgeile Nummer. Heute Abend wieder ab 19.30 Uhr im Stream zu beobachten. Es wird absolut traurig werden. Schaltet unbedingt ein. Me report in the body, the person, I... Five seconds. Da ist Romatra wieder am Start, der Self-Report-Boss. Romatra kann man an der Stelle überhaupt nicht trauen. Romatra, wirklich einer der smarteren Imposter. Der es aber trotzdem irgendwie nie schafft, weil er mit jedem einzelnen Self-Report dann doch auffällt. Ja, man kann nicht alles haben, vor allen Dingen fähige Teammates. Da mangelt's dann oftmals dran. Among Us, Vented, Fall Guys, Stimmt. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich echt das Mien der Dekade, Alter, gefühlt. Also, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Jahr zwei Spiele aus dem Nichts hochkommen. Vor allen Dingen f***ing Among Us, Bro. Das Game ist zwei Jahre alt, Digga. Die Entwickler haben sich gedacht, Joa, wir bringen mal so ein Game raus. Das ist wie Minecraft Trouble in Terroristown, nur in 2D. Mama, komm, wir nehmen einfach vier Dollar dafür und dann gucken wir mal, was passiert. Zwei Jahre lang ist die Kurve so. Und plötzlich schießt es so nach oben und alle kaufen sich, weil es nur vier Dollar ist. Und jetzt ist es am Handy sogar noch kostenlos. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Among Us 2. Ich bin mal gespannt, ob der Hype dann weiter bestehen bleibt. Imposter Black. Mantu, Black ist Investor. Oh ja, Black ist Investor. Sehr, sehr gefährlich, meine Freunde. Black ist immer wieder Investor. Ich würde sagen, es ist irgendwann mal Zeit, dass wir vielleicht, ähm, wir können das ja auch mal gerne. Sorry, bin gerade eingeschlafen. Die Memes sind absolut spannend. I finished my test, so I'm just running around the map in hope of losing weight. Fit, this is my fashion, Digga. Ja, Grüße geht raus an Trimax. Ach nee, macht gar keinen Sinn. Trimax hat bis dato noch nie seine Aufgaben. Fertig gemacht, hm? Schade drum. What do you call a fake noodle? An Imposter. Emergency Meeting. Oh damn. I am Imposter. Emergency Meeting und rein in die Olga-Leute. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Da wurde jemand hops genommen. Auf übelste Art und Weise. Wenn ich zu sein, verstehe ich dieses Meme nicht. Wieso ist das rot unterlegt? Ist das in der Mobile-Wache? Ich verstehe nicht, was da passiert. Könntest du mir in den Kommentaren einfach erklären? Ich habe es so getan, das hätte ich es verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Bitte mich aufklären, ganz kurz. Army, it's brown. I hit in the van from... Okay. Ja, bro. Es ist genauso, wie wenn ich sage, ja, ich habe Kevin mal umgebracht. Der war ein bisschen sass. Ja, nee, ja, nee, ja. Okay, who was the last person in Matt? Admin, Neff, I'm doing cast and electrical. Und raus mit dir, bro. Raus mit dir. Everyone playing Among Us with friends. Me only has two friends and they don't even play Among Me. Ja, das bin ich. Das bin ich. Was? Ich kann da mit Zuschauer spielen? Nein, das spiele ich lieber alleine. Any susp... I think skip is sass. We should all vote skip. Oh, bro. Skip, yes. Damn, bro. Sneak 100 und speech 100 an der Stelle. Ja, wir sollten skip voten, ganz klar. Das ist auf jeden Fall clever gemacht, Alter. Das ist auf jeden Fall ein Five-Hat-Play. Ja, meine Freunde. Und an der Stelle sind wir lüchigerweise auch schon am Ende angelangt. Tobi, ich musste kein einziges Mal lachen. Falls ihr lachen busstet, meine Freunde, dann tut es mir wirklich leid. Dann schaltet auf jeden Fall heute Abend ab 20 Uhr oder ab 19.30 Uhr wieder den Stream an. Das wird wieder absolut arschgeil. Among Us gespielt mit den Jungs. Ich freue mich übertrieben drauf und würde sagen, ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.